Willkommen zu diesem Video. Wo sind wir heute? Volllässig! Erste Kletterpartie 2022. Max ist dabei, Anne ist dabei und wir sind im Salzkammergur. Es wird spektakulös! Nach 25 Minuten Zustieg sind wir beim Einstieg Naturfreundesteig. Jetzt die ersten Meter hoch. Ein paar Meter hoch und noch ein Zustieg unten weg. Wasser und steile Felswände. Diese Kombination ist immer etwas besonderes. Und so verwundert es kaum, dass der Traunstein Südwestgrad zu den großen Klassikern in Oberösterreich gehört. Wir gelangen vom Parkplatz entlang der Forststraße in Richtung Süden durch zwei Tunnels bis zum Einstieg des Naturfreundesteigs. Den Steig geht es nun etwas aufwärts. Nach dem ersten gesicherten Seilstück gelangt man dann auf eine Graspassage mit ein paar Bäumen. Von dort nehmen wir den ersten Pfad nach links. Wir überqueren ein Schuttfeld und am linken Rand des Schuttfelds befindet sich bereits der Einstieg des Gmundnerwegs. Wir sind da jetzt im Einstieg. Jetzt probieren wir das einmal zu dritt. Gut. Oft bis gleich. Die Stelle da ist jetzt nicht so schwer. Die Sicherung müsst ihr mitnehmen und am einfachsten ist, da ist so eine schöne Kante, so eine Leiste. Für Max, Anna und mich war das eine Premiere. Klettern in einer Dreierseilschaft geht das? Das wollten wir am Gmundnerweg und später am Südwestgrad herausfinden. Anna erklärte sich bereit, die Position der mittleren Kletterin zu übernehmen. Max und ich übernahmen Vorstieg und Schluss. Zwischen Anna und dem letzten Kletterer ließen wir immer rund fünf Meter Seilabstand. Bei jedem Stand musste sich Anna so im Seil umbinden, damit wir in Wechselführung gehen konnten. Halt sich der Max gerade beim Baum an. Der wogelt nämlich. Ja, hab ich ja auch die ganze Zeit. Ist gut gegangen. Einigermaßen. Jetzt hab ich bei der einen Stunde gewusst. Der Max hat gerade so viel, aber dann hab ich einen anderen Weg. Du kannst eigentlich da rechts vier und das zwei kannst eigentlich theoretisch gerade rauf gehen. Okay. Okay. Aber wenn wartet du bist, dass der Max da ist. Du, da gehst du das Talb? Ja, ich darf. Ja, weil der Max müsste nachher vor dir gehen, weil ich sicher denke von da und dann geht dieses Seilauf aus. Dann warten sie, oder? Perfekt, ja. Das funktioniert eigentlich so zu zweit. Passt, oder? Ja. Sehr gut. Aber das geht gut, oder? Wieder erwarten funktioniert diese Taktik ganz gut. Wäre an dem Tag viel los gewesen, würde dieses Prozedere natürlich andere Seilschaften aufhalten. Dadurch wir allerdings alleine unterwegs waren, konnten wir uns auf uns, das Klettern und unsere Ablaufprozesse konzentrieren und für spätere Vorhaben im Jahr trainieren. Besser geht's einfach nicht. Die Tour ist genial. Man klettert immer sehr luftig und ausgesetzt entlang des Grates aufwärts. Die Kletterei ist aber nie besonders schwer. Ja, alle Stellen lassen sich einfach bewältigen und in Kombination mit dem Gmundnerweg kommt eine lange, tagesfüllende Klettertour zustande, bei der man immer tolle Ausblicke auf den Traunsee hat. Jawohl. Und schwuppdiwupp waren die ersten vier Seillängen des Gmundnerwegs auch schon vorbei. Ach so. Und es ging nun zum Einstieg, ab dem es richtig ernst wurde. An der kurzen Leine, an der langen Leine. Die Masken fehlt halt noch nicht für die SM. Dann können wir ja in den Südwest reinsteigen. Juhu. Juhu, wir gehen am Berg. Der ist auch schon locker. Der ausgesetzte Traunstein Südwestgrad wartete auf uns. Für mich war das Seilschaftstraining im grunden Weg spätestens hier beim Einstieg auch sehr erleichternd, da ich nun wusste, dass ich nicht die gesamte Route vorsteigen musste. Ohne Kletterpatschall und mit dem Steigeisen bedingten Bergschuhen sind so manche Dreier- und Dreiplusstellen im ausgesetzten Gelände doch etwas anspruchsvoller zu bewältigen, wenn man so wie ich nicht der beste Kletterer der Welt ist. Jetzt ist es. Mein Name ist von Frederik Skam. Was ist denn bei dem Baum da? Eigentlich ist es 55 Meter. Somit hieß es für mich, eine Seillänge vorsteigen, Max und Anna nachsichern und nachholen, Anna umbinden, dann Max im Vorstieg sichern und dann, neben der ausgesetzten Genusskraxelei im Nachstieg, auch noch das Knackarscherl von meinem Liebling im Blickfeld zu haben. Dann musste der Schlitz eine nach Faust machen quasi. Weißt du? Ach so! Oh! Juri? Wir sind nicht so, wie es ist, wir sind nicht? Wir sind nicht so, wie es ist. Ja. Der Einstieg ist zu deppert. Verstehst du jetzt, warum ich mir in die Hosen geschissen habe? Ja, im Jahr. Gut. Gut. Möchtest du was sagen? Aber jetzt geht es bergauf? Nein, der Akku ist fast klar, der ist schon orange. Ja, das passt. Das passt perfekt. Du musst halt schneller aufbegreifen. Wer sich nun fragt, warum wir Pickel dabei hatten, der Südwestgrad endet nicht am Gipfel des Traunsteins. Man steigt ca. 600 Höhenmeter unterhalb des Gipfelplateaus aus und kann nun entweder über den Naturfreundesteig ab- oder aufsteigen. Wenn man aufsteigt, kann man den Herrnlersteig als Abstiegsweg wählen, der allerdings im März noch im oberen Teil völlig vom Schnee bedeckt ist. Jetzt hast du es oben geschaut, oder? Die Verbindung Südwestgrad, Naturfreundesteig im Aufstieg und Herrnlersteig im Abstieg ist dann eine tagesfüllende, sehr lange Tour. Ein bisschen nicht so schlicht, glaube ich. Ist ja fast so wie in Kärnten. Aber da waren wir seilfrei. Am ausgesetzten Grad. Am Ausbreiten. Du musst aber nicht ganz oben drüber. Gescheiter ist, wenn du da auf der Seite, da sind so kleine Leisten und die hernimmst. Ist da leichter Spreiten, oder? Ja, da geht es ziemlich ausgesetzt. Du bist da oben. Nein, da kann man jetzt gut fahren können. Ja, mir auch. Dann bin ich noch mal. Jetzt kann ich da oben sehen. Ich sehe nicht, wie... Ich muss jetzt einmal fahren. Ja, geh einmal weiter. Genau. Ich meine, ich hab dir eh kein wenig zu fahren. Ah. 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 Ich muss da dabei lassen, weil der Max kommt auch noch. Ja. Passt bei dir, Max? Du kreist, oder? Ja. Koreaner weiter, oder? Passt, ja. Du kannst kommen. Was du hier? Komm mal. Der Max kreit überhaupt da auf der Seite. Kannst du hier haben? Ja. Oder gib mir mal seine Seile. Ja. Nochmal drüber steigen. Weißt du, kannst du schon auslassen das Seil, Max? Oder das ist eh alles zu. Warte, kriegst du das. Picture ja sicher. Das war jetzt das coole gewesen, gell? Kommt noch eins. Sicher? Ja. Kannst du sehen, was das ist? Leider kommt nur so eine Stelle. Passt. Danke, Max. Ja, bitte. Hey, das ist mir schlussig. Jetzt ist Genusskraxeln. Da wir aber die Kraxelei so genossen, entschieden wir uns bereits mitten im Südwestgrad, oben nur eine Essenspause zu machen und über den Naturfreundesteig wieder abzusteigen. Die insgesamt 11 Seillängen bis in den Schwierigkeitsgrad 3 plus sind wohl für den Anfang der Klettersaison völlig ausreichend. Perfekt, um in Zukunft mehr zu wollen. Was ist denn? Was ist denn? Passt. Was ist denn? Passt. Ja. Wie tut man da? Darüber steigen? Wie komme ich da runter? Das Fuß? Wie sollte ich da jedes Mal runterkommen? Mit dem Ski? Aber da sind überall schöne Griffe. Griffe und nachher auf Freiburg nachsteigen. Ja, und dann ist da noch das Thema Parken am Traunstein. Warum waren wir denn überhaupt schon im März vor Ort am Traunstein? Der einfache Hintergrund, die Parksituation am Traunsee-Ostufer ist sehr ernüchternd für Berggehrer. Die meisten Parkplätze befinden sich nun in einer Kurzparkzone, in der man maximal drei Stunden stehen kann. Wer sich nicht daran hält, wird abgestraft. Dazu gibt es aber im Internet und in Medien bereits zig Diskussionen. Wer da näher daran interessiert ist, befragt am besten Dr. Google zur Parksituation am Traunstein im Salzkammergut. wird er ausges Gosichkrimmergut. Auch wenn es auf der Kamin schreitbar ist. Es ist auf der Kamin der sich zu verlassen. Wia ich mich freiblich, wenn es auf dem Bildschirm hat, wir kostenlos, die Osten schreitbar in einem Wasser schreiben. Das war's für heute. Warte, Achtung der Max. Ich habe es die ganze Zeit fotografiert. Das haben sie gerade in der Schule, wenn man fragt, ob du darfst du auf die Frage gehen? Nein, keine auf die Frage. Ob du das kannst, ist die andere Frage. Es hat gerade sehr episch ausgeschaut von euch zwei. Es hat sich episch abgeschaut. Ich glaube, ich hätte mir sowas von in den Hosen geschissen und ich hätte es nicht einmal können. Das ist so geil. Das ist ein bisschen Lichter, was du? Ja. Auf mich nicht, nein. Nein, das ist ja noch nicht einmal ganz gespannt. Okay. Jetzt sind wir ausgestiegen. Zwischenzeit sind wir ausgestiegen am Südwest gerade. Ein paar Mal ein bisschen Arsch zusammenzwecken müssen. Und jetzt geht es runter. Über Naturfreunde steigen. Unten machen wir Resümee. Hey, hey. Unerwarteter Weise haben wir es wieder gut zurück geschafft. Unerwarteter Weise. Ja. Chance gehabt, dass es mich runterbierdelt. Ja. Wie war es? Super. Voll geil. Ziemlich ausgesetzt. Ja, sehr. Mit Schwaber ausgesetzt, will ich sagen. Genau. Gmuntner Weg war einfacher. Ja, voll. Und noch ein Südwest gerade ein paar ausgesetzte Stellen. Irgendwie hat cool funktioniert. So zu dritt finde ich. Premiere von einer Dreierseilschaft. Ja. Ich habe mich auch da hoffen. Ich habe noch nie umgewinnt. Wie hat es dir da gemacht, Max? Voll cool. Richtig lässige Tour. Dankeschön fürs Mitnehmen. Danke fürs Mitgehen und Vorsteigen und Nachsichern. Und was weiß ich was weiß ja. War eine lässige Geschichte wieder einmal. Ja. Und wo wir jetzt momentan stehen, ist aktuell noch kostenlos. Ab April zahlst du glaube ich 25 Euro, wenn du da den ganzen Tag stehen willst. Und da hinten, wo wir stehen, maximal drei Stunden. So kannst du irgendwie drei Stunden. Also es ist sehr Berggeher und Bergsteiger unfreundlich da. Ja. Da musst du ganz vorne parken und nachher mit einem Shuttle reinfahren. Also wir haben jetzt die Vorsaison genutzt. Und ja, schön, dass wir wieder einmal am Traunstein waren. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen nach oben da lassen. Kanal abonnieren, keine Glocken aktivieren, wenn ihr es nichts mehr verpassen wollt. Und? Was sagst du? Bleibt's geil, tschüss, tschau, baba.